Da hört man seit 15 Jahren gar nichts mehr, da machen so ein Geheimnis draus, ist der irgendwie, wieso lassen sie den dann da mal leben? Ich meine, wenn der sowieso bloß nur sie nicht mehr rühren kann, dann sollen sie ihn doch in Ruhe sterben lassen. Ja. Das ist doch kein Leben, weil jetzt verkaufen sie seine Uhren, warum denn? Hä? Unglöslich. So, jetzt gucken wir mal schnell, ich mach jetzt hier erst einmal meine, ähm, das da, das da. Ja, ich muss das investieren, sonst schaffen wir es nicht. Nein, ja. Bitte nicht so viel Türme setzen, Leute. Nicht so viel Türme. Tottwil Geld. Ja, ja, aus den anderen Keul gehen und dann, und dann Geld verlangen, so kämen wir ihn. Ja, so sind sie halt. Nee. Oh mein Gott. Ah, ich denke mal, nächstes Stream, Dienstag. Da nehme ich morgen mal ein paar Videos auf, nachmittags mal einkaufen gehen. Ich bin jetzt ein Affenküter. Ah. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kaufe immer im Aldi ein, um 17 Uhr ist der Aldi irgendwie wie leer geräumt. Obst ist fast alles weg. Und auch im Bereich von, von der Bäckerei ist auch Eiweiß meistens schon weg. Die Brötchen, alles. Ist unangenehm geworden, der Aldi. Der war früher mal so gut gepflegt. Oh, geil. Wer will den Geld? Aha, alle wollen das Geld. Ja, ja. So, jetzt habe ich einen mächtigen, einen Zauberauf habe ich jetzt. Zauberauf habe ich jetzt. Oh, der ist gut. Oha, wo hast du so's Geld her? Wow. Ja, die Bank macht's aus. Der ist gut, der ist gut. Also, der Nekromant, der ist gut. Der ist richtig gut. Mich friert seit kurzem. Ich weiß nicht, was los ist. Irgendjemand hat was geschickt und ich seh's nicht. Irgendjemand hat mir Nachrichten geschickt. Wer war's denn? Naja. So, letztes Spiel. Ladies and Gentlemen. Das hat Spaß gemacht. Also, ja, man kann das schon spielen. Vor allem, da ist ein bisschen Action, wenn da drei, vier Leute da sind und alle spielen mit, dann macht das wirklich Spaß, muss ich ehrlich sagen. Dann machen wir halt hier noch, ähm, freies Spiel noch und dann war's das. 4000 habe ich erst, okay. Gott, ich hab ja noch einmal tödliche Präzision, macht gar nichts. Jawohl. Ach gut, wie die, wie die, wie die, wie die Druiden schön da stehen. Äh, hä, hä, hä. Oh. Okay. Hat sich das schön reingebaut hier in diese. Ah, okay. Das macht eigentlich relativ sehr gut Sinn. Wann hast du angefangen mit dem Spiel? Bist du noch neu oder was? Vor lange, lange, äh, warte mal, äh, 23, glaube ich. Okay, weil wenn du deine willst, musst du noch irgendwelche Türme leveln oder was? Ja, ich muss sehr viele Türme leveln. Dann würde ich dir vorschlagen, ähm, mal einen Tag zu, zu nutzen. Das kann man ja mal vielleicht irgendwann mal live machen. Und dann musst du halt mal, wenn du spielst, dann halt so viel wie möglich setzen. Aber immer nur von einer Gattung. Also zum Beispiel dann nur, äh, was weiß ich, wenn du jetzt zum Beispiel den Magier da leveln willst, dann stellst du mal zehn Magier hin, dann müsste das eigentlich schneller gehen. Oder du spielst einfach mal, ähm, einfach mal selber alleine und im Solo und stellst dann zehn Magier hin und dann levelst du erst mal ein nach dem anderen hoch. Boah, also man macht richtig viel, äh, mit. Haben wir schon 10.000? Ja, haben wir. Das muss ich mal überlegen. Jetzt haben wir 15.000. Machen wir mal den hier und den. Mit der Banken machen wir mal den hier noch. Ach komm, ich kann sogar Flugzeugträger machen beim Schiff. Aha, jetzt steht's drin. Verbindung abgebrochen. Nicht auf Entfernen drücken. Was, Fox, ist da schon raus? Äh, äh, äh. Fox, warum bist du schon wieder raus? Was ist denn passiert? Ich glaube, wir dürfen bloß zu dritt spielen. So, jetzt hab ich 3.000, das ist gut. Ich brauch jetzt 6.900. Ähm. Okay, da hab ich, ah, okay, da hab ich fast die vorletzte. Geld haben wir. Jetzt haben wir nämlich hinten keine Druiden mehr. Ja, doch, haben wir immer noch. Ja, aber ich weiß nicht, wie, ja, aber wir haben ja noch 30 Runden. Und Fox ist raus. Und ich weiß nicht, wie man die levelt. So, Todd ist auch raus. Ja, die Kurbelblitze muss man upgraden. Also ganz oben. Immer ganz, ganz obere. Bei dem anderen, den ganz unteren. Man sieht das ja. Ja, es muss, das ist meine, hier 3. Nein, ich bin die, was bin denn ich? Die 4. Ach nee, das ist da, ach so, das sind Daten. Ich bin die 4, ich kann die nicht einmal machen. Die 4, einmal, das ist dein Zauberer, das ist dein Zauberer. Ah nee, das, nee, 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 das ist P3. Ich bin die 4. Okay, einen Zauber, den können wir verkaufen. Was halt nur Ida. Den habe ich. Dann mache ich jetzt mal Kugel. 60.000 kostet der Superstrom. Oh, guck mal, wie viel Geld du hast, nur auf deiner Bank. Ja, nix. 7.000. Wow. Sammeln wir mal dein Geld eins. Gut. Na, du sollst das Geld immer erst bei 9.500 einsammeln. Wirklich? Ja, natürlich, weil du da das meiste Geld kriegst. Wenn du das vorher sammelst, dann nimmst du dir den Zins sozusagen weg. Das heißt, immer warten, bis das voll ist und dann erst einsammeln. Ah. Jaja, also immer erst bei 9.500, jetzt sammeln. Und jetzt fängt er wieder von vorne an. Weil du kriegst ja pro Runde 15% Zinsen, glaube ich. Genau, und wenn du jetzt hergehst und vorher schon wegnimmst, dann nimmst du dir ja den Zins. Ja, das wäre ja blöd. Das wäre ja blöd. Okay, hier ist ein Affendingen. Wir brauchen mal 7.500 dafür. Schaffen wir das? Das ist ein Affendorf. Das ist ein Affendorf. Der schafft man nicht. Nachrichten. 16.000 schaffen wir nicht. Dann rechnen wir. 60.000 kriegen wir nicht rein. Wir haben ja nur noch 30 Runden. Okay, das heißt, das kann man nicht schaffen. Der 6. Zuschauer. Herzlich willkommen. Wenn jemand Döner da hat, bitte. Döner her. So, Pumpe. Morgen gehe ich fort und hole mal ein paar Fischstäbchen. Fischstäbchen haben jetzt zur Zeit beim Aldi nur 2 Euro gekostet. Da habe ich mir gleich ein paar mitgenommen. Könntest du den Duide upgraden von P3? Ich bin 4. Aber P3 ist ja nicht mehr da. P3 bist du. Das ist deiner. Ach so, das ist meiner. Der da unten ist deiner. Okay, das ist natürlich eine andere Sache. Aber ein Affenpionier könntest du auch upgraden. Ja, dann graded ich doch lieber unten was ab, bevor die alle runterrauschen. P3. Nee, das krieg ich nicht. Sonnen-Avatar. Den kann ich machen. Soll ich den Feuerballen nehmen oder den Affensinn? Vom Zauberer Affe. Vom Zauberaffen? Ja, also einmal Atem des Drachen. Naja, Atem des Drans. Okay, wie sehen wir das? Ja, da kann ich den Sonnen-Avatar machen. Ja, auf jeden Fall. Dann wahrscheinlich eventuell die Runde für dich. Wo ist ein Miner hier? Den kann ich nicht machen. 32.000 doch. Dann machen wir den da oben. Dann machen wir halt hier unten den Scharfschützen auf Höchststufe. Und dann müssten wir es eigentlich schaffen. Jetzt sind wir nur noch zu zweit. So, Ladies and Gentlemen, wenn das Spiel rum ist, werde ich das beenden. Ich bedanke mich bei Todd, ich bedanke mich bei Fuchs, bei Maxi Malking und bei allen anderen, die da waren. Fritz Walter und wie sie alle heißen. Dienstag macht mal weiter, denke ich mal. Dienstag werden wir mal wieder so von 16 bis 18 Uhr spielen. Und ich werde morgen versuchen, ein paar Videos aufzunehmen. Jetzt mache ich den Sonnen-Avatar. Ach so, das kann ich ja gar nicht machen. Das ist ja dein, äh, das ist deiner. Was ist meine? Ja, ja, nee, ich mache jetzt mal hier den, den Scharfschützen. Der Scharfschützer hat den Vorteil, das ist ja ein Fernkämpfer. Das heißt, der kann über die ganze Map Schaden anrichten. Soll ich dann dir das Geld geben? Ha? Für den Sonnen-Avatar kann ich dir das Geld geben. Nein, nein, ich mache kein Sonnen-Avatar. Doch, das ist gut. Ich mache das ganze Geld. Ich mache das ganze Geld nicht. Ja, dann gib es mir, dann gebe ich es raus. Dann mache ich jetzt mal, naja gut, es war da mal 42.000. Der Sonnensturm kostet 60.000. Brauchen wir noch 15.000? Das schaffen wir. Das schaffen wir locker. Dann machen wir hier unten den Supersturm. Und dann müsste das eigentlich langen. Lassen wir mal hier. Ja, das schaffen wir schon. Jetzt schaffen wir schon. Wenn das Miner hier ist. Das ist ein Avatar für 20.000, passt. Wir haben ja nur 8 Runden, um Gottes Willen. Wenn wir 45 Jahre kommen, dann können wir auch noch den Sonnen-Gott. Ne, ne, ich mache den Druiden auf der 5. Supersturm, der ist super, super stark. Und da müsste man das eigentlich locker schaffen. Das ist so gut. Ich würde ungern ein echtes Bänden wollen. So, jetzt haben wir hier den Druiden. Passt. Und jetzt kann man sich hier nochmal einen raussuchen. Den Sonnen, aber schau mal, der ist gut. Der macht extrem viel Schaden. Ja, aber 20.000 kriegen wir nicht mal zusammen. Achso, okay, dann kriegen wir das vielleicht noch zusammen. Das gewinnen wir schon. Dreh mal hin. Vier Runden haben wir noch. Ei, ei, ei. Okay, jetzt hast du auch die 20.000. Ja, der haut schon rein. Der haut schon rein. Oh ja, der haut richtig gut rein. Wo sind die hier noch? Ich hatte doch... Ich kenne es noch auf 8.000, aber auf 100.000 machen wir tatsächlich. Okay, das ist interessant. Na, 100.000 ist so ein bisschen viel. Ja, gut. Wir haben nur noch drei Runden. Das schafft man schon. Wir haben ja hinten den Druiden. Das müsste der locker... Locker... Das ist so Spaß, ey. Uh, Stufe 48 tatsächlich. So zwei Runden noch. Sehr schön, man kann ja da noch mal irgendwas reinstellen hier. Kann man doch hier nochmal so einen kleinen Affen reinstellen. Der ist doch eigentlich ganz cool. So, dann kann man hier... Das sammeln und verkaufen. Und dann kann man da noch ein bisschen investieren. Und das war's. Sehr schön. So, jetzt geht's los. Jetzt schauen wir mal, ob wir es schaffen. Oh ja, schon. Und ich kriege halt 0, 3 mal 0. Oh mein Gott. Marek, hi. Servus, Marek. Na, servus, nicht. Hi, Marek, wie geht's? Moin. So. Das ist richtig wie geschmiert. 25.000... 25.000... Dir geht's gut? Ich krieg jetzt, äh... Jimmy? Äh... Okay, jetzt wird's interessant. Okay, dann nehmen wir auf jeden Fall... Ihn hier. Oh Gott, den hab ich ja gar nicht abgeradet. Ach, du meine Güte. Den geht's gut. Ihr... Bitte mal von Jimmy wieder ein paar neue Videos machen. Ich wollte für Fuchs und für dich noch die Kanal-Banner machen für YouTube. Das muss ich unbedingt mal machen. Also bis 110 machen wir da, hör mal auf. Weil dann werde ich... Ein bisschen... Sport machen. Ein bisschen... Zack, 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 zack. Gucken, was wir machen. Jetzt habe ich natürlich meine... Bank. Bankverkauft, weil ich gedacht hab, wir sind schon fertig. Ja, soll ich dann die Dingszweck machen, oder was? Nee, nee, lass, lass, um Gottes Willen, alles gut. Die, 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 alles gut, sagt der Shoot. Sehr schön. Sehr schön. Das heißt, wann haben wir denn angefangen zu spielen? 15 Uhr, war wahrscheinlich ein bisschen zu spät. Müssen wir sonntags immer, stimmt, eher vielleicht anfangen. Ja. Ja, ist immer ganz unterschiedlich. Sonntag ist immer schwierig. Also ich finde, du, uns macht richtig Spaß, ey. Das haben wir früher viel gespielt. Normalerweise gucken wir, da gucken da ja auch die Leute nicht, weil das Spiel ist eigentlich schon durch. Okay, jetzt habe ich 8000 DINN, da war, zack, 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 und... Arzt. Okay, danke, 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 danke. Äh, dann... machen wir das... Was ist denn das hier? Minus 10 Herzen haben wir hier, was ist denn das hier? Kann ich gar nichts machen. So, Ladies and Gentlemen, langsam macht man das Plus. War cool. Ich denke, ich verab... Hä, ich kann nicht... Ich denke, ich denke, ich denke... Increhr, ich denke, ich denke... Ich mache jetzt hier... Er ist jetzt zu ruhig, na? Ah, okay, jetzt kann ich ein Sturm Druide machen, hier tatsächlich. Sturm Druide... Dann mache ich den jetzt auch so. Guck mal, Druide! ok 9000 ich brauchte theoretisch 100.000 für eine affen nomi das schafft man immer 100.000 das brauchst du nicht ich könnte jetzt noch mal einen superhelden machen auf der stärke sehr schön wunderbar ja hör mal langsam auf ladies and gentlemen viel geld hast du 4.000 4.000 hat meine bank 2000 10.000 dann kann ich den auch besonnen aber so ein robo aufgemacht ich weiß es nicht level halt erst mal einen und dann ich habe einfach mehr geld das ist das ding sollst du auch immer erst zwei oder drei türme machen und die nach und nach hoch ziehen und dann immer eine nach dem anderen hochleveln dann hast du auch ein ziel weil jetzt hast du zu viele türme hier stehen schau mal der hier bummerangaffe ist nicht geskillt hier drei beute affe das ist meine dann hier zauberaffe phoenix beschwören die bank erweitern banken würde ich auch eigentlich nur eine machen sonst würde es zu viel aber die bahn ist relativ lang und man kann sich schön aufteilen dass er gesehen fuchs hinten oben rechts da eine oben links da eine dann unten rechts und andere unten links für eine vierte map ist das ideal und da kann man in der mitte noch ein paar u-boote reinhauen ist eigentlich eine sehr sehr schöne und angenehme map kann ich jetzt auch ein cooles machen wo ich mit 71.000 vor der bank jetzt habe ich meine ganze bank zu geabredet jetzt habe ich alles von der bank pool das erste mal wo ich alles habe ich finde die auch verkauft tatsächlich dann mache ich eine andere bank weil hier ist immer die gleiche bank ist aber auch nicht gut ja das levelt sich so mit der zeit da musst du jetzt nicht irgendwie was planen normalerweise einfach spielen und dann passt das schon marik ist auch schon wieder weg 60.000 eine zentralmarkt zum affen wall street so ich muss jetzt raus ich muss jetzt aufhören ich gehe jetzt so langsam raus hier immer noch mal in den chat rein marik ist auch schon wieder sieben minuten raus ok so ladies and gentlemen dann gehe ich jetzt erstmal auf den stream dankeschön ich versuche mal am dienstag wieder live zu gehen da kann man auch ein bisschen spielen gemeinsam ok dann sagst ab werden tschüss ich mache jetzt mal den stream zu ende ja ja